Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainspotting Folge 7, heute in Münster Hauptbahnhof. Und da haben wir hier direkt schon mal eine wunderschöne 111 abgebügelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Bei herrlichem Wetter hier in Münster Hauptbahnhof und seht mal, was da vorne steht. Eine schöne 110 Zentralbahn. Traumhaft. Nächstes ist eine 140, oder? Das ist eine 140. Nein, das ist eine 110. Ich muss noch mal näher rangehen. Ich kann es nicht erkennen. Da ist eine 110. Da wartet noch ein Talent auf Einfahrt. Wunderschön. Da sind acht. Das sind auch zwei Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Es ist herrliches Wetter und ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video hier in Münster. Ich habe mich eigentlich ursprünglich für etwas anderes entschieden, aber hier in Münster ist genauso schön. Und ja, ich will gar nicht weiter quatschen, sondern euch einfach viel Spaß wünschen und ja, habt Fun. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist stark bewölkt, aber die Sonne ist da, das kann ich euch versprechen Wollen wir mal hoffen, dass es trocken bleibt Was will das Spotterherz mehr Und diejenigen, die IC2 geschrieben haben, haben recht IC2 hat Ausfahrt Und Eurobahn überholt Wettrennen Die IC2 wird in die Abstellung gefahren Und der Talent hat Einfahrt Hier geht es jetzt Schlag auf Schlag Die IC2 wird in die Abstellung des ZDF, 2020 Hamster-Buckart-Einfahrt Die IC2 wird in die Abstellung des ZDF, 2020 Die IC2 wird in die Abstellung des ZDF, 2020 In Doppeltaktion Und entschuldigt bitte die Wittgeräusche, aber dafür kann ich leider nichts. Der National Express scheint nur ziemlich leer zu sein, nimmt wahrscheinlich jetzt das Fahrgäste auf. Die Wittgeräusche 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 so ich würde sagen das war es dann aus münster hauptbahnhof mit dem heutigen video und ich hoffe es hat euch gefallen wir ihr hört mich dann im nächsten video wieder bis dahin bleibt sauber bleibt mir treu passt auf euch auf macht's gut bleibt gesund soll ich noch sagen ich kann euch noch mal ein bisschen aus der selfie perspektive zeigen hier in münster hauptbahnhof wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen dieses schöne video aus münster bei herrlichem wetter mein zug gleich in die heimat und was soll ich das sagen lange rede kurzer sinn bis zum nächsten mal habt spaß das video gibt es sehr bald auf meinem kanal zu sehen ja bis dahin macht's gut servus und tschüss euer denis spieters macht's gut bye bye